Sonntag, ich habe nichts zu tun. Ich habe keinen Bock im Hostel rumzugammeln. Schönes Wetter, komplett in schwarz angezogen. Es ist echt um einiges kälter geworden in den letzten Tagen, deswegen ein bisschen aufwärmen mit schwarzer Kleidung in der Sonne, wenn ich gerade im Schatten stehe. Es gibt gerade das Vivid, Lichtspektakel, so besonders auch nicht, ist auch das Riesenherz mit den vielen Selfies. Ja, ich habe mich heute dazu entschlossen, ach da muss ich hin, zum Museum zu gehen, zu so einem Kunstmuseum, ist frei und schaue ich mir an, warum nicht? Als Backpacker sowieso. Und morgen muss ich wieder arbeiten. Ich habe aber keinen Bock auf den Bau. Ich hoffe, ich bekomme in den nächsten Tagen den Job im Restaurant. Da habe ich angefragt, muss aber diesen RSA-Kurs machen. Habe ich schon gemacht, genau. Habe ich ja gestern schon gemacht. Und jetzt warte ich nur noch auf grünes Licht und dann gebe ich meine Bewerbung ab, weil die Bewerbung braucht man hier erst gar nicht abgeben, wenn man das RSA nicht hat. Die nehmen sie und werfen sie gleich weg. Ich bin ja jetzt nicht los, die Bewerbung ab. Ich bin ja jetzt hier. Ich bin ja jetzt nicht los, die Bewerbung ab. Ich bin ja jetzt nicht los, die Bewerbung sind los. Die Bewerbung sind schon mal hier, die Bewerbung sind los, wie ich sie seitdem. Sonntags gibt es immer einen Markt, also immer zwei, drei und immer woanders. Das ist jetzt so eine. Das ist jetzt so eine. Auf dem Weg zum Coats, durch diesen kleinen Laden, heißt Healthy Nuts. Gehst du rein und es ist hier für alle, die die ganze Zeit im Gym verbringen, Protein, Ergänzungsmittel, alles. Das Paradies. Also keine schlechte Idee direkt neben dem Gym. Hier gibt es wohl eins. So einen Laden auch zu machen. Mega viel los. Ergänzungsmittel plus gesunde Ernährung. Okay, es gibt doch Nüsse. War einfach nur im Untergeschoss. Das lacht einfach mal aus wie so ein Lagerhaus. Aber ne, ist auch hier unten laden. Cool. Arenberg. So eine Ultimo Summe wird das Flughafenicias übernommen. Das ist das Moment, heute ist die Nacht. Wir sind ja weitermachen bis es vorbei. So we put...